Da war ich halt in einer dieser zauberhaften Garküchen. Die kochen da wirklich ganz frisch mit den tollsten Sachen. Deine Nase riecht völlig neue Gerüche. Also ich weiß überhaupt nicht was hier drinnen los ist und freue mich aber hier zu sein. Wir haben jetzt das ganze was wir vorgesprochen haben schon mal angefangen. Ich habe so ein paar Sätze losgelassen. Und Brasilien, wie war's? Du kannst nach Hause und du kannst gar nicht aus Brasilien zurückkommen und dann zur Tanzordnung übergehen. Du musst von einer Reise wie Brasilien, da musst du wirklich ein paar Klopper in der Hinterhand haben. Sie bei uns zu erzählen nur von Badon, die auch hier schon der Dore. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus